24 Angler auf zwölf Booten jagen drei Zielfische mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Hammondwirt und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur vierten Episode des YPC Boat 2022 und damit zur zweiten Folge in der Gruppe B. Nach der ersten Tageshälfte des ersten Wettkampftages sieht die Tabelle folgendermaßen aus. Abo Garcia erlebte einen erstklassigen Vormittag und liegt mit 560,9 Punkten deutlich auf Platz 1. Simon Thorenbeek und Freddy Harbord fehlt nur noch ein Barsch zur Fullcard. Auf Platz 2 folgt Westin mit André Schmidt und Philipp Teichert, die aktuell vier Barsche in der Wertung haben. Einen richtig großen Fisch und bereits alle drei Fischarten konnte Herbert Ziereis fangen. Er und sein Kollege Markus von Eu liegen damit für Bullseye aktuell auf Platz 3. Das B1 Bootscenter mit Frank Schaper und Tobias Hilgendorf ist mit drei Hechten vierter. Pascal Sujata konnte bisher einen einsamen Traumhecht für Harty Rice und seinen Bootspartner Josef Schmidt in die Wertung bringen. Team LMAB fischte bisher getreu dem Motto, um dem Feld vom Henten aufzuräumen, muss man erstmal natürlich Henten stehen. Es gab für Daniel Andriani und Enrico Di Ventura bisher noch keinen einzigen Fisch. Ob die angekündigte Aufholjagd heute noch beginnt, sehen wir in dieser Folge. Fünf Boote befinden sich aktuell auf demselben Gewässer, nämlich auf dem Hollandsdieb, nur Team Bullseye hat es auf den Fluss, nämlich auf die Meerwäde verschlagen. So, Group B, zweite Hälfte des Tages, geht jetzt los bei uns. Ich wechsle wieder auf ein Bladed Jig, unsere Multi-Vibe. In dem Fall mit einem Trailer für mein Prototyp von uns. Viele von euch wird vielleicht das Gesicht vom Drunkbater kennen, aber diesmal hier mit Twister-Schwanz, Doppeltwister-Schwanz. Das wird meine Waffe jetzt im Flachen. Ich denke, auf einen Sander oder einen Hecht, kann man auf jeden Fall damit spekulieren. Ja, wie Daniel bereits angekündigt hat, werden wir jetzt mal flach gehen. Außerdem sind wir so ein bisschen vom Pech verfolgt, denn genau den Platz, den wir uns ausgesucht hatten, hatte hier eine Robbe sich auch ausgesucht. Von daher verliert man relativ schnell das Vertrauen, wenn man weiß, dass hier jemand unter Wasser so den Fischen nachgestellt hat. Deswegen werden wir jetzt hier nicht mehr lange bleiben. Ich befürchte den Robber, der deutlich erfolgreicher ist uns, mein Mann. Das ist heute nicht schwer, tatsächlich. Ich habe nie ever einen Robber hergesehen. Na doch, ich schon. Die wissen auch, wo es Fisch gibt. So, Plan war, heute Morgen eigentlich Zander erstmal vollzumachen, hat nicht geklappt. Jetzt haben wir zwölfe, Fränki hat jetzt schon zwei gute Hechte, klein. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal upgraden und haben uns überlegt, dass wir jetzt mal kurz zu unserer Brücke fahren, da ein paar Würfe machen. Da hatten wir echt gute Hechte über einen Meter gehabt im Training. Und wir wissen aber, dass die perfekte Beißzeit zur Zeit hier zwischen halb zwei Uhr nachmittags bis circa 15, 15, 30 ist. Und da müssen wir zu einem bestimmten Spot fahren, um dann hoffentlich die großen Barsche, eventuell einen großen Zander und einen großen Hecht im Flachwasser rauszuholen. So viel ist Fakt und den Plan wollen wir jetzt umsetzen. Ja, wir haben vier Barsche in der Wertung und haben uns jetzt entschieden, auf Hecht zu angeln gezielt. Weil wenn man so die Fangergebnisse verfolgt, es kommen kaum Zander in die Wertung, eigentlich keiner mehr in der letzten Zeit. Aber Hechte kamen noch, deswegen versuchen wir jetzt auch gezielt die Hechte zu machen. Powerfischen, Flachwasser, schauen was kommt. Philipp fischt ein Spinnerbait, eine Nummer kleiner, auf den kann alles kommen. Und ich habe mich entschieden, einen 16er Headlight zu fischen. Auf Hecht eigentlich eine Bank, vielleicht auch ein großer Zander. Wir probieren jetzt hier noch mit ein bisschen Powerfishing irgendwo ein paar aktive Barsche zu finden. Driften entlang von der Steinpackung. Ich habe jetzt ein Crankbait drauf, der doch etwas über zwei Meter tief läuft am Ende. Durch das, dass er halt mit der Schaufel vorangeht, haben wir da sehr wenig Hänger und den ziehe ich schön über die Steinpackung. Und im besten Fall sind eben da auch Barsche, die wir jetzt so über die Strecke fangen möchten. Und hier habe ich jetzt ein Prototyp von unserer neuen Hardbait-Route. Da hatten wir den Anspruch, quasi mit einer Route Crankbait und Twitchbait so weit, wie das irgendwie möglich ist, zu vereinen. Und ich finde, das ist uns recht gut gelungen. Ich habe die Route jetzt sehr viel gefischt in letzter Zeit. Auch schöne Fische damit fangen können und ist wirklich ein wahrer Alleskönner. Also da dürft ihr euch schon mal auf etwas gefasst machen. Einen Namen haben wir noch nicht, aber wird auf jeden Fall eine sehr geile Route. 1,98 Meter lang. Wurfgewicht würde ich sagen so 35 Gramm plus minus. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Barsch gekommen bin. Manchmal fühlt man es in der Barsche. Ja, das ist ein Barsch. Ja, das ist ein Barsch. Ich fische so schnell, aber man kann manchmal nicht den Haken auf diese Fische setzen. Die Barsche sind vielleicht nicht. Vielleicht war es ein Barsch. Ich bin nicht sicher. Wenn es ein Barsch war, wäre es ein Barsch. Ein kleiner Barsch. Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Was wichtig ist bei dem Geber ist, dass man die Bodenstruktur ausfüllt. Das ist eine Einstellungssache im Gerät selber. Dadurch hat man dann die Bodenhärte drin. Und man sieht jetzt, wenn man dem Geber jetzt von rechts nach links rüber geht, wie man die Bodenstruktur abscannen kann. Wir sehen jetzt hier leider, dass da noch kein Fisch großartig im Bild ist. Sollte man viel Flimmern reinbekommen, kann man da Verstärkung runter oder auch hoch gehen. Je nachdem wo. Wir probieren jetzt mal auszufächern und nochmal den anderen Kopf anzufahren, in der Hoffnung, dass sich dort Fisch befindet. Ah! Der Fix! Ja, das war ein Biss. War nichts Großes, aber... Käscher, Käscher, Käscher. Gut, ab! Ab! Ein Riesenbarsch! Nein! Ja, die sind da, aber jetzt kommen die, die sind alle in Frequenz gekommen. Die sind alle in Frequenz gekommen, das war letztes Mal auch so. Ja, ich denke. Man regt rein damit. Gar nicht groß. Ein paar Labern. Kommt, der kommt, der kommt. Ja, wo kann ich noch? Fisch sein, echt. Auch direkt rein. Das ist kein Riesen. Rein, 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 rein. Petri! Rrrr! Ich sage ja, in der Bohnen geht alles. Yes! Fisch Nummer zwei. Punkt 75. So, Fisch Nummer zwei. Fisch Nummer zwei. 75er Hecht. Schickt die Mama vorbei. Ganz wichtig. Vorfach kontrollieren, Haken nach, rucken. Und dann kann es gleich direkt weitergehen hier an der Stelle. Weil die Bisse kommen, die Fische kommen. Keine Zeit verlieren. Nach dem famosen Start am Morgen mit dem 110er-Exemplar und einer folgenden stundenlangen Durststrecke ist dieser zweite Fisch fraglos ein wichtiger. Nach B1 möchte nun auch Team Bullseye, das von der Meerwede in den Biesbosch-Nationalpark gefahren ist, seine Powerauer nehmen. Doch Herbert und Markus haben, anders als Tobi und Frank, kein pelagisches Fischen im Sinn. Wir nehmen jetzt unsere Powerzeit, gell? Ist klar, rutsch, oder? Ab jetzt machen wir ja schon. Ja, besser, wenn die Routen draußen sind. Besser, wenn die Routen draußen sind. Also Tiefe haben wir ja 3,50, wegen Krautfang etc. Du fahr mit, fahr weiter einfach, gell? Ich will nur nicht, dass wir die Strecke hier schon ungestockt lassen. Nein, nein, du musst, geht nicht. Nichts, einfach fahren, 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 fahren. Jetzt sind wir schon voll dabei. Schleppangelexperte Herbert Ziereis hat die Side-Planner ausgepackt. Zwei große Gummifische schlingern nun verführerisch hinter dem Boot durchs Wasser. Schauen wir mal, ob diese Technik heute einen Hecht schwach werden lässt. Fisch ist. Steht gut da? Ach, ist auch gut. Jetzt bin ich ja wie die Fische. Power, auer, auer. Ich fühle mich so. Ich fühle mich so. Ist doch schon mal. Ich bin schon in Quatschen. Vielleicht sogar Meter. Der hat einen Meter auf alle Fälle. Der hat einen Meter auf alle Fälle. Auf den Hermanns! Auf den Hermanns, jawoll! Mobisopter ist geil. Der hat einen Meter, aber ein dicker Meter ist das. Ich weiß. Hau, hau! Der hat einen Meter. Erwischt. Was hat er denn? Meter sechs. Hurra! Das war mein Finger hier. Wenn das Blut zieht, das ist vom Finger, nicht vom Fisch. Zack, bumm! Meter sechs. Hat funktioniert. Ein Finger ist Verhalt von Schweden und der nächste ist schon wieder Marsch. Das ist immer das gleiche mit den Hichten. Der Schleppplan geht sofort auf. Der zweite Traumfisch in Bulls Eiswertung bringt 106 Punkte. Und damit Platz zwei in der Gruppe. Und ihre Power Hour hat ja gerade erst begonnen. Die Konkurrenten haben von dem Meterhecht schnell Wind bekommen. Herbie 106. Good job. Really good job. Das ist natürlich eine starke Nummer, Herbert. Ja, Herbie ist leider, was heißt leider, Herbie ist einfach eine Maschine. Jetzt wird der Druck schon etwas größer. Aber wir haben noch viel Zeit. Das ist das Gute. Bei uns ist jetzt die nächste Stunde fast wieder um. Dann haben wir nur noch drei Stunden für heute. Wäre gut, wenn irgendwas passieren würde. Nein. Es wäre gut, wenn ein Fisch kommen würde. Nicht, wenn irgendwas passieren würde. Passiert es genug die letzten Tage. Der Mikael kriegt Angst, wenn ich sowas sage. Ja, das ist beim Fisch bleiben. Genau. Es wäre gut, wenn ein Fisch kommen würde. Jetzt mal so langsam. Nicht mal so langsam. Der Köder ist jetzt relativ kurz hinter dem Zeitplaner eingehängt. Weil es hier auch gar nicht so tief ist. Mit, ja doch relativ viel Blei für die Tiefe. Man könnte auch mit weniger Blei, dafür mit längerer Distanz vom Planerbord zum Köder arbeiten. Aber da ist der Herbert der, der seine Vorlieben hat. Und über die letzten Jahrzehnte herausgefunden hat, was für ihn am besten funktioniert. Und das war ja ein eindeutiger Beweis. Sein eigener Köder vom Mobi Softbaits auf den Planerboards, die er liebt. Für die sind wir übrigens, das glaubt uns kein Mensch, für die sind wir übrigens gestern Nacht. Weil es war ja alles sowieso Hauruck, das ganze Turnier. Und wir haben gesagt, ja schleppen, komm die Stunde, das ist zu wenig Zeit, machen wir nicht. Und gestern Abend haben wir uns entschieden, ja komm, eigentlich würde das passen hier eben wegen dem Teil, wo wir jetzt gerade drin sind. Aber wir haben keine Planerboards, die haben wir zuhause gelassen. Und sind gestern Nacht noch zum Faunahengelsport. Da war noch eine Strassensperrung, Vollsperrung in beide Richtungen. Haben am Schluss anstatt 45 Minuten wieder eineinhalb Stunden gebraucht auf dem Rückweg. Und sind dann auch wieder umgeduscht, Schuhe aus ins Bett, weil einfach, ja, weil wir so dermaßen krass sind. Aber die Fahrt hat sich gelohnt gestern. Ja. Und nochmal vielen Dank an Faunahengelsport, weil mit denen habe ich voraus telefoniert, wie wir das jetzt machen können und überhaupt. Und dann haben die extra die Produkte in den Onlineshop gestellt, die ich wollte, weil die können sonst die Zahlungen nicht akzeptieren. Und haben dann nach einem weiteren Telefonat sich bereit erklärt, die Ware bei ihnen vor die Tür zu legen. Ja, also zwei Geisteskranke haben sich gefunden hier. Ja. Hier sieht man schön, wie die Kante runter geht, Struktur. Tja, aber im Moment auch kein Fisch unterwegs. Wir werfen deshalb, also nutzen das nun mal als Taschenlampe, wie Tobi schon sagte. Und um zu wissen erstmal, ob hier der Fisch ist, dass es sich lohnt, hier den Köder auszuwerfen. Ja, aber Richtung Pfeiler haben wir Fisch und das hat im Training auch funktioniert. Und wie so oft, ich kann es aber nur sagen, Training ist nicht, ja, ein Wettbewerb. Fisch. Ja, Fisch. Sehr gut. Ah, los, komm. Warte, warte. Zander? Das sieht man nicht. So, Vorsicht. Komm. Das ist nicht ein schöner, schöner Barsch, oder? Zander, Ludwig. Na gut. Da ist er. Ja, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ja, da ist er. Petri. Tobi. Geil, Alter. Schön. So, Rinn. Vorsicht. So, da ist er. Weggepflückt vom Pfeiler. Wie er dir gesagt hat. Plan funktioniert. Auf jeden Fall die Live-Technik, um zu gucken, wo ist der Fisch. Und dann geworfen. Ja. Über, er ist über 62,5. 63. 63. Auf den Grund geschickt. Da ist er, die linke Klebe. Da ist er, die linke Klebe. So, komm. Da ist er dran. Sehr gut. So, Pfeiler frei. Schön. Rüber zum Rückenpfeiler, bitte. Und dann werden wir noch mal einen rausknallen, hoffentlich. Pisch. Pisch. Sehr gut. Da ist er. So muss es sein. Oh, schön langsam. Würde sagen. Hecht, oder? Mach mal gucken. Vorsicht, dass er nicht hochkommt. Bin bereit. Es läuft, Tobi, es läuft. Top. Noch haben wir nicht. Noch haben wir nicht. Den Kumpel. Komm ran. Komm ran. Komm ran. Der ist noch besser. Ja. Der ist noch besser wie der andere. Ja, da ist er. Ja. Oh, ist schön. Schöner. Frankie. Alter. Jetzt geht's ab. Geil. Ist das geil? Ja. Da ist er. Schön. Super. So. Warte mal, ich geh nach hinten. Hol mal das Board raus. So. Ah, YPC-Boat. Da ist es. Es läuft. Tobi, also als der Zander-Jigger. Ja, ist er immer. Jiggen ist dein Ding. Immer? Sehr gut, ja. Komm raus. Da ist er. Da ist er. Wieder voll Volli genommen, den Gummi. War ein Einschlag, aber die Smoke, die hat so ein Rückgrat. Ab. Super. So, wollen wir mal messen und dann müssen wir gleich weiter. Gerade liegen. So. Das kommt auf 69. Das ist auf die Runde 69, ja. Ja. Sauber. So. Jetzt beginnt die eigentliche Beißphase. Da ist er weg. Doppelschlag für B1 und was für einer. Zwei schöne Zander, die ordentlich Punkte bringen und das B1-Bootcenter auf Platz 2 befördern. Mit Westin hat nun schon das dritte Team seine Power Hour begonnen. Wir sind doch nochmal ein bisschen von unserem Plan abgekommen und nehmen jetzt unsere Power Hour und schleppen Crankbaits. Bei mir ist der Bassbait der Köder und wir machen das jetzt so, dass wir die Route kurz rauswerfen, ca. 20 Meter. Prüfen wir, ob der Köder ordentlich läuft. Das kann ich über die Rutenspitze und die Vibrationen sehr gut kontrollieren und lassen jetzt nochmal gute 15 Meter ab, sodass er dann knappe 40 Meter hinter dem Boot läuft. Und jetzt hoffen wir auf eventuell einen Zufallstunder, auf einen großen Barsch oder natürlich auf den langersehenden Hecht. André, du hast ein bisschen einen anderen Köder. Ich benutze gerade den Babybite in einer relativ schockigen Farbe in Fire Tiger. Und als Route habe ich die Bass Finesse T&C, 2,13 Meter, eine relativ weiche Spitze, vor allem jetzt auch beim Schleppen. Aufpassen, wenn der Fisch einsteigt, wir schleppen ja trotzdem mit 5 kmh, dass man den dann nicht verliert, weil der Haken ausschlitzt oder so. Deswegen ein bisschen eine weichere Spitze. Und jetzt beten wir, dass der Fisch noch kommt. Ich werde jetzt nochmal einen Köderwechsel machen und dann kommt mal ein Köder dran, der eigentlich bei vielen schon in Vergessenheit geraten ist. Gucken wir, ob ich ihn sofort finde. Der gute alte FZ-Spinner. Auch bei mir eine Zeit lang in Vergessenheit geraten, aber das Vertrauen ist doch immer noch da. Ja, wir glauben, da hinten fährt Freddy und Simon. Ich weiß nicht, wo die kommen, die fahren einfach an uns vorbei. Aber die haben wir auf jeden Fall ganz gut vorgelegt, die Jungs. Ich denke, die fahren zur Brücke und dann gibt es Power Hour. Ja, das kann natürlich gut sein. Das denke ich schon. Hochballern zur Brücke und dann Power Hour ist schon nicht so schlecht, weil ich glaube, die haben ganz gut gefangen. Aber wenn Freddy und Simon jetzt pelagisch angeln können für eine Stunde und die jetzt vielleicht sogar eine Maschine fangen, vielleicht von 80 oder so, wird das nicht unbedingt einfacher? Na, für uns sowieso nicht. Für uns wird sowieso gar nicht einfacher. Nee. Wenn wir keine Fische fangen, dann kann man auch nicht gewinnen. Enrico liegt mit seinem Tipp nicht richtig. Statt pelagisch auf Zander an der Brücke zu fischen, haben Simon und Freddy zunächst andere Pläne. New location, made a little run over the water to another spot, where we had some good perch fishing yesterday. Let's see if they're still there and if they want to bite. A little bit more windy over here, which I like. Just a little bit wind, a little bit breaks the surface and more murky water. Yeah, as yesterday. Yeah, totally. There's four boats on that yellow buoy here. Huh? Yeah, crazy. Luckily, we didn't put too much on this spot. Ah, bite! Yeah, it's a bunch of perch. Yeah, 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 yeah. Here, here. Ah, fish. Net, 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 net. It's in the weeds, it's in the weeds. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Perfect. Oh, we were so on fire with the spot. We went so far for that one bird and we were, yes, yes. It was a long drive. And the change of the bait, that was so perfect, man. That was so perfect. Super well done. Oh, shaking, shaking. Super well done. Wir fischen die Weiden, wie man sieht. Wir haben beide einen Biss, wie ein Chatterbait. Aber wir haben sie verloren. Wir wussten, dass der Fisch hier war. Ich gehe zurück zu meinem Softbait-Twitchbait. Der Sneakminnow. Und wir haben einen guten 40-plus Barsch in der Nähe. Mal schauen. Es kam aus, perfekt. Das ist das Glück für heute. Ich habe einen 70-plus Barsch und einen 40-plus Barsch. Das ist nicht schlecht. Okay. Bereit? Nein, bitte. Da ist er. Wauw. Ein schönes Fisch. Wir mussten hart für diesen Fisch. In ein paar Stunden. Aber dann fühlt es so gut. Mal schauen. Mal schauen. Wie viele Punkte erhält. Okay. Mache closed. 40. Das sieht viel größer. Ja. 40-cm Barsch. Das bedeutet noch 80 Punkte. Und das bedeutet wirklich sehr wichtig. Wir haben unsere Karte gefüllt. Jetzt ist es Zeit, die Upgrade finden. Das ist so schön. 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 Das fühlt sich wirklich gut. Das fühlt sich wirklich gut. Das fühlt sich wirklich großartig. So, jetzt ist es Zeit, eine 50-plus Barsch. Super schön. Jeder von uns hat ein Barsch. Jeder von uns hat ein Barsch. Ja. Und der Sander ist auch ziemlich gespürt. Super gut. Perfekt. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Super gut. Das ist nicht so. Aber wir sind auf dem Fisch. Ja. Ich habe jetzt auch mal auf den Schwitsch-Jig gewechselt. Das heißt, durch die Jig-Haken-Form, die der hat, läuft der Köder, wenn man die ganz aggressiv fischt. So zickzack. Simon hatte gerade den Barsch. Jetzt haben wir hier noch einen Zander. Ich brauche den gar nicht messen. Das ist kein Upgrade. Wir werden ihn wieder reinsetzen jetzt in den Fisch. Aber... Schöner. Und der ist so schalt hier. Ich meine, es ist 1,5 Meter. Ja. Wahnsinn. Und ja, wieder auf so eine dreieckige, dreieckige, Jig-Haken-Form. Das ist ein alter Berkeley-Köder hier. Und die flitzen im Wasser richtig links und rechts. Aber dazu muss man die mit einer relativ harten, kurzen Route auch wirklich schlagen. Dann machen sie das. Und gerade wenn es so wenig Wind ist wie jetzt. Die Fische wissen gar nicht so richtig, was passiert. Der geht links, rechts. Die haben keine Zeit, sich das anzugucken. Gerade im Kraut nicht. Und dann hat man manchmal die Chance, dann noch einen rauszukitzeln. Und ja, hat funktioniert. Sehr, sehr gut. So. Ja, Fisch! Was ist das? Ich habe es nicht richtig gesehen. Es sieht aus wie ein Birch. Nein. Es ist ein Aas. Es ist ein Aas. Es sieht aus wie die Twitch-Soft-Baits. Es ist ein Barsch, Zander und ein Aas. Es wird uns nicht helfen, aber es ist Spaß. Es ist ein tolles Aas. Sie leben hier auch. Und sie sind auf kleine Baitfische. Ich lasse es schnell. Und wir suchen einen größeren Barsch. Es ist wirklich Augenzahn-Stück zum Werfen. Brutal leicht. Da kann man den ganzen Tag verhältnismäßig große Köder schmeißen. Wenn man bedenkt, wie leicht die Route ist. Und ich habe den großen Bruder davon. Ich habe die Dentist in 255 bis 145 Gramm. Von der Charakteristik sind es recht ähnlich. Die 220er ist etwas durchgängiger. Wir stehen jetzt hier auf 4,5 Meter. Immer noch das gleiche Budenfeld. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir hier an der Kante, die ist hier ein bisschen ausgeprägter. Vielleicht doch hier noch den ein oder anderen Barsch zu bekommen. Ja, das ist Finnwall-Bootcenter. Aber eigentlich könnten wir hier die Barsche holen. Die haben Zander geangelt. Ja, ja. Da oben ist Zander immer gut bei der Brücke. Und anscheinend beißen sie gerade. Willst du hinfahren? Dann fahren wir zum ersten Pfeiler. Ich würde sagen, wir machen noch die Krippe hier mit. Die Bohnenkrippe. Und dann fahren wir mal hin. Die Karte ist da, ja. Die Karte ist da. Er ist ja kleiner, ja. Aber ein Fisch! Leider nicht nur Meter Fische beim Schleppen, aber immerhin Wertungsfisch, den können wir brauchen. 79, wie viel hat er? 79 wieder. 79, echt geschleppt, der darf wieder rein. Auf dem Fuchs, Natural Perch, 28 cm geworfen oder geschleppt, eine Bank. Kurz vor Schluss holen sich Markus und Herbert noch einen zweiten Echt, der Bullseye auf Platz 2 zurückbringt und logischerweise für Zufriedenheit über die eigene Taktik sorgt. Eine Minute geht doch, oder? Franzi, was kann man in den Minuten neues fangen? Ja, ein 1,27er würde mir vorschweben, das wären natürlich geile Punkte. Also ich bin der Meinung, das war die richtige Entscheidung mit der Bauarbeit, weil ich meine, den Meter 6, den haben wir und einen weiteren Fisch, der uns aktuell auch bleibt in der Wertung, haben wir auch mit dem 79er Hecht, dem zweiten 79er Hecht. Und eben, da wo wir jetzt sind, hätten wir keine geeigneten Bereiche gefunden zum pelagischen Angeln und zum Vertikalen, das bringt es jetzt nicht so. Und das war's. Die Power-Auer ist vorbei. Ihr hört's? Der Alarm? Die Power-Auer ist durch. Aber war ja Power. Da war Power drin in der Auer. So, wir fahren jetzt die paar Meter hoch zum Brückenpfeiler, sehen uns den mal ein bisschen an auf Zander. Harty Rice guckt, ob B1 noch ein bis zwei Zander an der Brücke übrig gelassen hat, während es Frank und Tobi nun auf die letzte fehlende Fischart ihres Scoreboards versuchen. Ein kleiner Volksbringer ran, in der Hoffnung. Die Jungs steigen jetzt ein, weil hier sind wir jetzt gerade auf einem extrem großen Plateau, hat ganz viel Kraut beinhaltet, aber auch Steine. Und da hoffen wir uns jetzt natürlich den großen Barsch. Franky? Bist du dabei? Ja. Super, dann geht's los. Robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA, ausgestattet mit dem Gewissen extra. Eine neuartige Technologie, die dein Tackle an Ort und Stelle hält, bis du es benutzen möchtest. Köder, Gewichte und Haken haften zuverlässig in der Box, so gehören ausgekippte Kisten, Hakensalate und Kratzer auf deinen hochwertigen Hardbaits der Vergangenheit an. Das in den USA produzierte TechLogic Gel ist geruchsneutral und pflegeleicht. Es haften keinerlei Rückstände am Köder. Lurlog, die Revolution in deiner Angeltasche. Welches Boot passt zu dir? Schauen, testen, kaufen. Komm jetzt an Bord, melde dich jetzt an und sicher dir deinen Termin. Wir bauen dein Boot nach deinen Wünschen. Musik Musik Bauau ist durch, wir fahren zum nächsten Spot und unterwegs gibt es ein Stück Kuchen. Wir haben eine Freundin gebacken, wir sind so kurzfristig angereist, dass man den sogar immer noch ohne Bedenken essen kann, schmeckt richtig lecker. Das fühlt sich wie ein großer Kuchen. Das ist verrückt. Super schön. Das macht so Bock, angeln ist so geil, das ist so ein geiles Hobby, macht das Spaß. Das leichte Angeln mit diesen Twitchköpfen, ich liebe es. Noch ein 40 plus Barsch, der hat den Köder so weggescheuert, es gab mal einen Schlag. Der hat den komplett drin auch, also die sind wirklich richtig agro die Barsche jetzt. Das ist ein guter Fisch. Das ist ein guter Fisch. Ja, das ist ein guter Fisch. 44, 43. Die Maus ist kaputt. 43, 43. Super, super Fisch. Die rote Fisch. Das ist ein guter Fisch. Die rote Fisch. Super, super Mann. Ein Monster. So gut. Super. Es ist egal, ob es gerade ein Turnier ist oder nicht. Es ist einfach geiles Angeln. Es macht einfach Bock. So. Und das ist das, was zählt am Ende. Was Spaß macht. Und Barschangeln, so wie wir es jetzt gerade machen, das ist genau das, was man auch privat so machen würde. Oder wir, ne? Also macht einfach Spaß. Yes. Uff. Das ist groß. Bereit? Ja, ich bin. Bring es mir. Ich bin auf der Roll. Ich bin auf der Roll. Einer nach der anderen. Wahnsinn. Was ist das kleinste? Das kleinste ist 40. Ja, ich glaube, es ist nicht aufgerät. Es ist 40. Ich glaube, es ist hier. Nein, es ist 40. Warte, wir werden es bis zu 41. Ja, ich bin aufgerät. Ja, das ist ein. Ja, ich kann es nicht mehr. Nein. Nein. Der andere? Der Unterfin? Nein. Keine Chance. Es ist ein 40cm. Es ist ungefähr. Es ist ungefähr 2mm. Aber es ist ein 40cm. 40.2cm. Es ist ein 45cm. Super, super, super Spaß. Ja, verrückt. Macht so Spaß. Schöner Biss auch wieder schnell rein mit ihr. Ach, herrlich. Das sind so schöne Fische, diese großen Barsche, diese roten Flossen alles. Kaum einen schöneren Fischbauen zum Süßwasser. So macht das Laune. Zwei schöne Barsche für Freddy und zwei Upgrades für Team Abo Garcia. Ein 60er und ein 61er Zander fliegen aus der Wertung und Abo nähert sich weiter der 700-Punkte-Marke. Westins Power Hour müsste auch bald vorbei sein. Abo mit dem nächsten Barsch, richtig gut. Ja, also wirklich Hut ab vor dem, was sie heute abliefern. Das ist bei den Bedingungen spitze. Sehr schön. Das ist hammer. Kleiner Hecht, Kleiner Hecht, Kleiner Hecht, Kleiner Hecht, so. Sehr schön und genau. Boah, wie man den geil sieht, was er echt warm hat. Was ist denn das hier? Voll klar. Da geht's zu dir. Ja, da ist er. Petri. Geil. Würde Herbie machen. Junge, jetzt räumt er ab. Siehst du, Nachmittag. So, jetzt sind wir über dem Krautfeld. Wie wir gesagt haben, Beißzeit beginnt ab 14 Uhr, 13, 30, 14 Uhr. Und haben jetzt circa zweieinhalb Meter. Kraut steht bis zu einem Meter unter der Wasseroberfläche. Und da ist er eingeschlagen nach zehn Minuten Angelzeit. Jetzt messen wir ihn schnell und dann geht's weiter. Kletter 75. Weiter geht's. Super. Klasse. Kletter. Oder er hat's vergessen, oder so. Nee, nee, ich fisch. Der Kletter ist schon ab. Sehr geil. Guter Endvierziger, Mittevierziger, ja, 46, genau. Siehst du? Ja. Ja. Yeah. 46er war's. Der bringt nochmal ordentlich Punkte. Und jetzt geht's weiter. Auf den Plätzen hinter Abogacir tut sich was. B1 liegt nach Tobis Hecht nun wieder auf Platz zwei vor Bullseye. Und Westin bringt der 46er Barsch auch ordentlich Punkte. Denn ein 25er vom Vortag wird ersetzt. Der Tabellenführer ändert derweil Technik und Zielfisch. Percher fishing was on fire for us, but the time is pressing. So we need to relook our strategy. And since we have a full card, that means that we need to find upgrades. And what better way to get upgrades than try to find a Zander in the Platschick zone. See if it's a 70 plus, maybe even an 80 plus. So we're now scanning an area where we've seen quite some good Zander in the training. And then, yeah, when we get the right feeling, we start the hour of the live hour, the power hour, as they call it. Yeah, I think we just go for it here, because, as I said, usually the fish is biting a bit better here. If it's not working, we take the five minutes to drive up. But let's start fishing that hole, because I have already fish here. So, wir haben jetzt also, ja, wie Simon schon gesagt hat, wir angeln jetzt gleich ein bisschen pelagisch. Wir haben super viel Sonne und das pelagische Angeln ist also, dass man mit dem Echolot Fische sucht. Das dürfen wir eine Stunde am Tag machen. Nicht alle Teams können das machen, weil die zu große und zu schwere Boote haben. Wir können es machen. Das ist ein Wettkampf. Wir wollen gewinnen und so als erlaubt. Das machen wir es. Wir werden nur eine Stunde dafür nutzen. Ja, ich werde die nicht vertikal heute anangeln, die Fische, weil die Sonne so unterm Boot scheint. Und ja, die sind relativ scheu hier in dem Gewässer. Aber wir versuchen ein, zwei Fische anzuwerfen gezielt, uns ein Upgrade zu holen und dann danach die Barsche wieder beangeln. Weil uns macht das Barschangeln auch mehr Spaß und ja, wir brauchen eigentlich wirklich jetzt nur einen schönen Zander. Ja, das probieren wir jetzt. Eine luxuriöse Situation, in der sich Freddy und Simon befinden, das geht nicht allen Teams so. LMAB, die nur wenige Tage zuvor auf denselben Gewässern ein gutes Lohrmasters-Turnier fischen konnten, warten noch immer auf ihren allerersten Wertungsfisch. Geh zu dieser Seite. LMAB, die mußchen! Komm, 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 ist da? Das ist klein und dann... Ja, ich habe es. Ich habe es. Okay, ich habe es. Huuh, ein bisschen brenzlig beim Bearschen. Wow, Leute, alle erste Wurfen mit neuen Köder drauf gemacht. Ein Twitchbait. Ganz langsam getwitcht. Und endlich ist die Erlösung da. Kein Riese, aber das hat eine lange Zeit gedauert. Unglaublich, oder? Unglaublich. 52,5 cm, also 53 cm. Erster Thunder, er darf jetzt schnell zurück und weiter geht's. Echter Relief, muss ich sagen. Echte Lösung. Und hoffentlich kommt jetzt noch ein paar mehr. Ja, das ist nicht der größte Fisch, aber ein Start. Wirklich ganz tief in die Kiste geguckt. Und hier ist so ein Twitchbait rausgeholt. So eine Minna, 110 SP von Majorkraft. Und ja, ich habe ihn ewig lange nicht gefischt, ehrlich gesagt. Aber es ist ein ideales Twitchbait, um ganz, ganz, ganz langsam zu fischen. Also er schlägt echt weit raus. Und da kann man lange warten zwischen den Pausen. Und genau das habe ich gemacht. Also extrem langsam gefischt. Und dann in der Pause kam dann auch der Biss. Wir fischen zwar ungefähr 1,5 Meter. Das ist recht flach. Aber ja, wie ihr seht, es ist schon so, dass es gibt auch viele Zander auch hier im Flachen. Also viele habt ihr nicht gesehen. Das war aber eigentlich der ursprüngliche Plan für heute. Genau. Eigentlich die Zander flach fangen. Und als Sidecatch ist es eher vielleicht ein Barsch und ein Hecht fangen. Aber es ist unglaublich, dass wir so lange gebraucht haben für den ersten Fisch. Es ist jetzt 14 Uhr. Und das kann es auch noch nicht gewesen sein. Wir müssen auf jeden Fall noch ein, zwei Fische nachlegen. Und hoffentlich auch in einen oder anderen in einer guten Größe. Weil, um eine Chance zu haben, dann am zweiten Wettkampftag wirklich gut zu sein, oder beziehungsweise unter die ersten drei zu kommen, sagen wir es so, brauchen wir auf jeden Fall ein, zwei richtig große Fische. Das steht fest. So viele Werte haben wir jetzt schon. Ja, das war uns schon von vornherein klar, weil es gibt auf jeden Fall hier im Turnierfeld ein paar Leute, die auch gezielt Großfische angeln können. Und das mit dem Flachwasserangeln heute auf Zander, das hat bei uns nicht so gut funktioniert, leider. Bis jetzt. Ja, ja, also bis jetzt, genau. Ja, ja, das ist Nummer zwei. Okay, dann muss ich auch im Twitch-Bade wechseln. Yes, my boy! Come on! Yes! Sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig, weil immerhin, auch wenn die nicht groß sind, ist immerhin ein Species mit zwei Fisch da gefangen. Nummer zwei, 57. Schön. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich habe auch auf ein Hardbait gewechselt jetzt. Ja, ist wahrscheinlich die richtige Idee jetzt gerade. Also, wenn wir diese Pausen haben wollen, das ist ja manchmal so, dann sollen sie sie kriegen. Dann sollen sie die Pausen 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 kriegen. Es ist verrockt, Leute. Es ist verrockt. Es gibt so viele Zander her. Aber manchmal muss man erst herausfinden, was die wollen. Puh, und genau den wollen die zurzeit. Na also, auch wenn diese zwei Zander noch nicht ausreichen, um Rang 6 zu verlassen. Ein Anfang ist gemacht. Daniel verschenkt im Überschwang der Gefühle noch einen Zentimeter beim Messen. Wir hoffen mal für ihn, dass es auf die 1,3 Punkte später nicht ankommen wird. So, wir starten jetzt mit unserer Power Hour. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen vertikalen. Weil Werfen gerade ein bisschen schwer ist. Die Sonne steht immer noch hoch. Wirklich viele Wolken sind nicht dazugekommen. Ob wir es eine ganze Stunde machen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir es jetzt erst mal probieren. Nicht ein großer, aber ein Aufgrad. Das ist ein Aufgrad. Das ist der Start. Wir können immer weiter suchen. Wir können immer weiter suchen. Okay. Um so effektiv als möglich zu sein. Mit unserer Zeit in der Live-Hour. Ich stehe den Fisch. Und Freddy ist schon der nächste. Und wir haben die zweite Rote bereit. Hier ist der erste. Es dauerte nicht so lange. Und wir haben die Rote. Wirklich. 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 Das ist ein paar Pärchen. Wirklich. Und die Länge. Es wird ein Umband. Ja, es wird es. 68 cm. Sehr cool. 68 cm einer Pledgexander. Schaut zu starten. Lassen wir ihn rein und nochmal. Er war live im Knie. Vielen Dank Simon. Wir haben ihn miteinander geschlossen. Zeit ist Fisch, Zeit ist Fisch! Wäre sehr sehr hilfreich und wie gesagt, die angeln jetzt hier mit 25 Gramm zum Vertikalen und gucken wir, dass wir auf jeden Fall jetzt einen bekommen. Also ich führe den Twitch-Paid sehr langsam, wie ihr seht immer so ein Schlag, den warte ich eine Weile, nochmal ein Schlag, leicht ein Kurbel, also wirklich slow. Und wie gesagt, eigentlich dann in den Pausen, also diese langen Stehpausen, da kommt dann eigentlich immer ein Biss. Also ich weiß nicht, ob die das erstmal folgen, ein bisschen und dann quasi zuschlagen, wenn es stehen bleibt. Oder ich weiß es nicht, genau, ich bin auch kein Zander. Bissst du nicht? Aber, ich weiß es nicht genau, ich bin auch kein Zander. Aber so stelle ich das ein bisschen vor, zumindest, dass die schwimmen ein bisschen hinterher und dann auf einmal. Da ist er. Da ist er, da ist er. Ja, er muss ihn hoch. Hoch. Puh! Es kam das Köder ab. Das war wirklich die letzte Sekunde von den Riesis. Der ist aber auch nicht klein. Wow! Außer du hast ihn fast gefangen. Der Köder war ab. Das wollen wir jetzt gerade, Leute, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. 59. 59. Die wird immer ein bisschen größer. Slowly but surely. Das ist richtig schön. Richtig schön. Zack. Richtig schwimmt der. Ja, mein Gefühl ist auf jeden Fall viel besser als vor halb einer Stunde. Meins auch. Eine Änderung, wie wir hier fischen. Also wir fischen die ganze Zeit so auf diesem echt 1,5 Meter Wasser. Wir wissen, dass die Zander da sind. Die Zander kann nicht alle weg sein. Ich meine, die ganze Zeit zum Training war das andere her. Ja, und wir haben ja einige Wegpunkte auch. Also die Strecke ist einfach für uns in den letzten Wochen gut gewesen. Und die sind nicht weg, die können nicht weg sein. Und wie Danny schon sagt, machst du eine Sache anders? Also wir haben echt viele Sachen anders gemacht. Ich nicht. Aber ist auch egal. Und für die, die wundern, wieso wir hier weiter natürlich angeln. Also erstens, es kann natürlich deutlich größere Zander hier raufgehen in diesem flachen Bereich. Das, was wir gehabt haben. Und zweitens, hier haben wir natürlich alles gefangen. Also Barsch und Hecht haben wir hier natürlich auch gefangen. Also wie gesagt, wir ageln uns auf 1,50 Meter ungefähr. Mit viel Structure, viel Kraut und Steine und alles Mögliche dazwischen. Und natürlich stehen alle drei Arten, überhaupt Fischarten hier. Und deswegen kann man, kann man hier einfach weiterfischen erst mal. Klar, wir haben ein paar Stellen, die wirklich deutlich gezielter sind auf Barsch. Oder auf Hecht, vor allen Dingen auf Barsch. Da haben wir so gezielter Stellen. Aber erst mal, denke ich, macht das so ein bisschen her, das weiterzufischen. Fisch! Der ist besser! Ah, ist abgekommen! Ich habe ihn gesehen. Er war da! Er war besser! Schade! Weiter, weiter, weiter! Der war gut! Ah, Leute! Ah, schade! Der war direkt da! Ein großer Zander! Auch wenn der vierte Zander noch nicht an Bord kommen will, mit dem Dreierpack von Daniel arbeitet sich LMAB am ersten Kontrahenten vorbei und liegt jetzt vor Hearty Rice auf Platz 5. Team Abu scheint unterdessen einen ziemlich interessanten Spot gefunden zu haben. Crazy! So krass! Wir haben hier so einen Spot gefunden, den kannte ich auch noch nicht, so eine Kante. Wenn wir jetzt hier jicken würden, würden wir die Zander, glaube ich, also beim Grundangeln so schnell voll machen. Das sind so viele Zander! Alles voll! Brutaler Spot! Gleich abgespeichert hier. Den werden wir auf jeden Fall nochmal angeln irgendwann. Ein paar Steine am Grund hier. Ich habe noch nie gesehen, das Ding hier. Ich dachte, ich habe hier fast alles gemappt. Aber das hier ist Geisteskrank. Wirklich! Geisteskrank! Schau, ich wusste wirklich nicht den Spot. Ja, das ist super interessant, um ihn zu besuchen. Super interessant! Extrembar! Ja. Es ist auch ein schönes Thema beim Pelagic Fischen. Wenn man so sehr viel das Wasser schnappt. Sehr genau. Man bekommt alle Spiele in den Spot. Das ist wirklich ein guter Weg, das Wasser und die Grundstruktur. und auch Fische. Das ist verrückt! Das ist verrückt! Oh nein! Das ist es! Oh nein! Hier geht's! Hier geht's! Das ist ein guter Zander! Ich bin bereit! Ein bisschen besser! Nicht ein großer? Der zweite Pelagic Fische. Kerst du auch alles? Wir haben das blau, das zäutern ist etwas verrückt! Da ist er. Das ist die Magic! Berkley-Puls-Realistische Roach. 15 cm. Super richtig zu Mario. Ich habe 10g gefangen mit einem kleinen Treppel. Hier ist der nächste Sender. Ist das ein Upgrade? Ich denke, wir sollten es auch mal messen. 69 cm. 1 cm x 1 cm, aber wir werden näher. 69 cm, ein guter Upgrade. Lass uns das schnell, damit wir weitergehen können. Perfekt. Auch wenn Freddy beim pelagischen Angeln häufig noch weitaus größere Zander fängt, beide Fische helfen. Zwei 40er Barsche werden durch die Zander ersetzt, was eine Verbesserung von über 18 Punkten bedeutet. Westin verfolgt die Geschehnisse aufmerksam. Freddy hat noch einen Zander gefangen. Schon wieder? Ja. Wie gesagt, am Pelag da aber gerade noch. 69 cm. Das ist es. Das ist es. Dann werden wir uns in unserer Barsche rein. Wir werden die Ratsche weg. Ja, das ist total verrückt. Das ist echt verrückt. Das ist total verrückt. Das ist total verrückt. Dann kommen wir zur Barsche. Wir müssen uns durch die Ratsche raus. Wie gesagt. Wahnsinn. und dann geht es weiter mit den mit der spaß angelei im flachwasser aber sind auch gut wenn man ruhig viele techniken mal zeigt weil das angeln ist halt super abwechslungsreich gibt so viele sachen die man machen kann und ihr seht auch dass selbst das mit dem besten equipment heißt das noch lange nicht dass man dann halt die fische raus knallt ein nach dem anderen aber ist halt sehr vielseitig und man kann die chance mal nutzen um vielleicht ein bonusfisch zu fangen haben wir jetzt geschafft haben abgegradet ein bisschen und jetzt geht es mit den barschen mal her yes good job buddy let's go man let's go wir haben gerade ein paar drohnenaufnahmen gemacht und da ist da ist mir der barsch eingestiegen den barsch den wir sowieso sehr brauchen auch gezielt wir sind hier im ebit wo barsch ist mit dem blade jig haben wir den gefangen mega geil und der ist so gar nicht so schlecht mal gucken ja ist das ein fisch ist das ein barsch die sehen hier aus ist das ein paar teile herrlicher fisch sieht immer länger aus oder dicker aus als er ist aber immerhin wissen können wir so machen und ist hier ist eigentlich ein 44 quick release bladed jig natürlicher decor er bisschen krebs grau ähnlich so jetzt weiter aller spätestens mit diesem barsch unterstreichen frank und tobi die auf dem papier als underdogs angetreten waren dass man sie im kampf um die drei final tickets mehr als ernst nehmen sollte es fehlt nur noch ein fisch zur full card und die fischgrößen sind teilweise auch schon sehr beachtlich team hearty rise die fulminant gestartet waren sind mittlerweile auf platz sechs zurückgefallen und bisher hat auch das vertikal angeln in der power hour keine zählbaren ergebnisse geliefert ja ich angele power hour im endeffekt und josef wirft aber ich komme so besser zurecht denke zehn minuten noch dann die stunde rum das ist ein guter alter was ist denn das hier der hat der hat 90 auch man so jetzt kann es abgehen jetzt ist es ist der knoten raus zielfisch war ganz was anderes aber guter fisch gut einschlag super driller auf der leichten rute das ist schön nicht der zielfisch doch natürlich trotzdem ein super wertungs fisch hearty rice zieht wieder an lma b vorbei die dafür einen wertvollen ernährungstipp anbieten können energie immer wichtig und gut kann man immer eine handvoll in den mund stecken und dann langsam wegkauen 100 gramm erdnüsse 620 kalorien sind zwei volle hände ungefähr obwohl wir es eigentlich nicht wollten haben wir doch noch mal einen kleinen taktik wechsel vorgenommen und zwar schicken wir jetzt noch mal eine hafeneinfahrt auf zander beziehungsweise andre hat das dropshot rick genau dran mit einem kleinen zehn zentimeter settees 10 cm sparkning green genau und du fisch glaube ich noch den neuner settees aktuell neuner settees in pearl also ganz in weiß ja wir hoffen einfach auf diesen einen tok und und Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Box. Neun verschiedene Ködertypen in exklusiven Sonderfarben. Ein echter Prototyp. Ein Wettbewerb für die Community. Und du als möglicher Gewinner oder mögliche Gewinnerin eines sensationellen Preises. Alle Infos zur Competition sowie die teilnehmenden Partnershops findest du unter www.lmab.de Spiel mit! Untertitelung des ZDF, 2020 Das bedeutet mehr davon, nur von Hummenbrun. Genau. Er hat immer noch seine 100 Kalorien da, oder was? Im Mund? Aber wir schleppen jetzt hier so auf drei bis vier Meter circa. Und die Kante hat schon ordentliche Barsche und ich hoffe, dass wir einen davon kriegen. Wenn wir zwei kriegen, beschwere ich mich überhaupt nicht. Ja, da sieht man sehr schön an der Routenspitze, wie der unten immer aufkommt. Richtig Randale macht mit der Tauchschaufel. Das möchte ich aber auch. Also beim Barschleppen oder beim Zander schleppen ist eigentlich egal. Möchte ich immer, dass der Köder unten Grundkontakt hat und ab und zu so eine Sandspur aufwirbelt oder ein bisschen Dreck oder halt auf den Muschelkanten kratzt. Und weil ich das für sehr, sehr wichtig halte, dass der Köder halt bestens wahrgenommen wird unten. Und trotzdem auch nicht aus den Augen verloren wird, weil durch dieses Aufscheuchen oder Aufwirbeln von Dreck oder aber an diesen Muscheln zu kratzen, da werden die Barsche sofort hellhörig. Also die sind immer sehr, sehr neugierige Fische. Ob die dann beißen oder nicht, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass durch dieses Aufwirbeln von dem Dreck oder halt durch dieses Kratzen auf den Muscheln oder Steinen, wie auch immer, die Barsche auf jeden Fall den Köder mitbekommen und gucken kommen und bestenfalls dann beißen. So, auf geht's zum letzten Spot für heute. Das ist ein guter Aufmerksamkeit, oder? Ja! Ja! Oh, ja! Und ich hatte den Putschbiter hier, also... Ja, weiter! Ja, weiter! Oh! Ja! Oh, ja! Ich hatte den Putschbiter hier, also... Ja, ja, weiter! Das ist heute für uns! Ja, was ein Fisch! Ja, was ein Fisch! Beautiful Putschbiter! Oh, schau mal wie es ist! Ich meine, es ist solid, oder? Es ist solid, oder? Es ist solid! Und ich habe ihn auf den Berkley Decks Tungsten Chatterbait. Das ist ein wirklich cooles Fisch. Ich bin hier auf dem Markt. 14 Gramm, mit einem kleinen Putschbiter. Das ist ein Fisch. Und ein schönes Pum. Mal sehen, wie viele Punkte wir hier auf dem Bord bringen. Möchtest du? Das ist ein 90er. Was ein Fisch, Mann! Super gut! Oh! Ich wünsche es nicht für einen besseren Tag. Das war ein perfekter Tag. Super gut! Schön! Was ein Fisch! Das ist verrückt! Okay, wir gehen jetzt weiter. Denn die Zeit ist jetzt zu pressen. Der ist zwar massig, aber... Ist er massig? Ja, ja, massig ist er. Dann hat niemand einen Käscher zur Sicherheit. Petri! Im Lippen, da hätten wir uns echt so gefreut. Es kommt immer drauf an, was für ein Wettbewerb der man fischt. Gut, im Lippen hatte ich 63 und 62. Aber das waren schon Ausnahmehechte für den... 54. Und tschüss! Ja, der Fisch wird uns nichts bringen, aber... Naja... Man ist als Fischer ja immer froh, wenn man irgendwas fängt. Und darum... Schätzen wir den genauso wie einen großen. Punkte bringt er halt nicht. Aber sonst... War es ja auch mal wieder ein bisschen Abwechslung. Aktuell bringt er ja sogar noch Punkte. Das war ja dann unser vierter freier Fisch. Aber den werden wir morgen im zweiten Turniertag hoffentlich austauschen. Aber ich muss jetzt auch mal meine Leistung hier huldigen. Den habe ich wieder hervorragend gekeschert. Was anderes mache ich heute hier nicht. Aber so ist es manchmal. Der Plan ist... Auf jeden Fall hier vielleicht noch einen Barsch abzufangen. Dann gebe ich mich für heute auf jeden Fall zufrieden. Wir haben die Hechte voll. Wir haben einen Zusatzhecht von 75 cm. Und dann können wir uns morgen ganz in Ruhe auf Zander und Barsch konzentrieren. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen. Dann haben wir einen weniger abzuhaken. Morgen, übermorgen. Auf jeden Fall. Ja, morgen können wir vielleicht Barsch und Zander mal suchen. Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man die Hechte... mit einer guten Size voll hat. Also wir haben ja immerhin 200 Punkte in die Hechte. Das ist ganz okay. Fisch. Hoffentlich ein Barsch. Hoffentlich ein Barsch. Ja, irgendwas... Irgendwas... Ich glaube ein Hecht. Hecht? Ja, ist ein Hecht. Aber vielleicht größer als der 55er. Vielleicht auch nicht. Was macht er da? Der hat sich verkeilt vorne. Siehst du... Der hat eine Rachensperre schon drin. Aber ist größer als 55. Also kleine Verbesserung ist es. So, Köder ist auch schon ausgehängt. Ja, der bringt uns immerhin den 55er aus der Wertung. Und jetzt haben wir dafür ein Paarundsechziger drin. Hast du es gesehen? Das ist kein Witz jetzt. Ich habe noch mehr Fisch. Das ist noch einer. Aber der hat ein Loch hier. Und der ist durch das Loch raus. Ach du Scheiße. Ah Scheiße. Das wäre der... Na ja. Machen wir nicht lang rum. Aber der Kescher hat ein Loch. Der ist gleich kleiner als 55. Schade, der vorher war immerhin Paarundsechzig. Aber eben. Am Schluss hoffentlich. Am Schluss hoffentlich beide nicht in der Wertung. Aber wir müssen den Kescher reparieren. Schlaue Hecht oder dumme Angler. Aber so ein Kescher ist natürlich eher nicht so optimal. So bis 80 können sie durch das Loch, je nach Nahrung. Also das heißt, wir müssen größer gefangen. Wir müssen größer fangen, sonst gehen sie uns wieder aus dem Kescher. Das ist jetzt der Auftrag. Das ist beim YouTube Predator Cup bislang auch noch nicht passiert. Da Markus' Hecht leider nicht gemessen werden kann, bringt er natürlich auch keine Punkte. Zum Glück haben er und Herbert die Hechte bereits mit zum Teil wirklich guten Größen abhaken können, sodass dieser Fisch in der Endabrechnung wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen wird. Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Schön ran zum Barsch. Komm, nächst nicht. Aber schön. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Und wieder. Eier, da ist er. Eier, da ist er. Eier, da ist er. So. Weiter jetzt, Fengy. Hier wer ist? Komm, Petri. Petri. Super, weiter, komm. Eier, da ist er. Schöner Fisch. Ihr sagt's. Siehst du, 70, komm doch mal. Guck mal, ich mach nicht so doll zusammen. Hier, 73. Super. Nummer 5, weiter jetzt. Halbe Stunde haben wir noch reingehen. Weiter kurbeln, kurbeln, kurbeln. Vielleicht ein Upgrade. Vielleicht ein Upgrade. Vielleicht ein Upgrade. Ah, ich bin nicht sicher. Simon, was denkst du? Ja, es wird dicht. Ich denke, es ist ein 40, 41. Ein 1cm. Ich glaube, das ist knapp. Er ist nicht so groß, aber er kann sehr lang sein. Das ist relativ lang. Ja. Ja, 40. Oh, guck mal hier, 42. 42. 4cm Upgrade. Ich hatte gerade noch einen Fehlbiss von dem Barsch. Simon, den Hecht. Oh, wir haben richtig viele Fische. Oh, 20. Das ist Nummer 25 oder so. Ja. Ja, wirklich gut Fische. Ihr seht mal hier vorne, ihr seht, dass er relativ viele Narben hat. Seht ihr das? All das, was ihr hier seht, diese ganzen kleinen Wunden, die kommen alle vom Krebsefressen. Also die Barsche hier, die picken aus den Steinen die Krebse raus. Und daher haben die auch die ganzen, ganzen Verletzungen. So, ich soll ja noch ein paar Krebse vernichten da unten. Herrlich. Gut, Mann. Ja. Gut. Ja. Die beiden bestplatzierten Teams upgraden ihre ohnehin guten Boards weiter. Tobi kann einen 57er Hecht durch einen 73er ersetzen. Und Freddy verbessert einen 40er Barsch mit einem 42er, wodurch Team Abu die 700 Punkte knackt. LMAB, wieder auf Platz 6 zurückgefallen, schleppt bislang noch ohne Erfolg. Daniel. Ja. Was denkst du über den Paar? Wie geht's? Paar. Oh, Fisch. Stopp, 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 stopp. Ah. Es ist noch dran, es ist noch dran. Nee, jetzt vielleicht Hänge. Nee, jetzt Fisch vielleicht. Ja, Fisch, 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 Fisch. Oh. Ja, ja, ja. Das ist der Bike, das ist der Bike. Schön. Ja. Hast du Bremse und so? Ja. Hast du Bremse und so? Wenn du dich befreitest, hast du das mal rausgefallen. Jetzt, 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 jetzt! Jetzt mein deiner, mein Mann! Hört's auf. Hört's auf! Hört's auf, es ist so knapp, du hast es so knapp gehakt. Auf der Yozuri-Lure. Mit dem Übeltäter und dem Yozuri-Krankbait. Wo ist das Messerbord? Es ist bereits bereit. Ist es vorne dran? Ja. Es ist 82. Ja, Mann. 82er Pike. Könnte wichtig sein. Ist wichtig. Ist wichtig. Bye, bye, Baby. Ja, ja, ja. Es ist echt wichtig. Also Leute, das war echt eine Hektik. Das Problem ist, wir waren echt relativ flott unterwegs. Und der Biss war extrem hart. Und ja, ich habe jetzt nicht den aller aller stärksten Tackle, das ich jetzt gerade angle. Von alles her. Das Setup ist schon okay, aber der war echt extrem Druck drauf. Ich wollte ein bisschen zur Schnur rauslassen ganz schnell. Und irgendwie ist da zu viel Schnur rausgekommen. Dann dachte ich, alles war ab. Ja, so wie das manchmal ist bei mir. Alles war ein bisschen chaotisch. Gott sei Dank am Ende war der Fisch. Das war der Fisch ins Boot. Und wirklich ins Kescher. Und da kam der Haken sofort auch ab. Also... Naja. Das ist mal Hoffnung, wir kriegen ihn auch noch besser. Ja, und Abfahrt. Ederdinko, du fischst all den Tag lang auf dieser Strecke hier auf der Seite. Wenn wir zurückgekommen, war er immer noch da. Kann es wirklich sein, dass du drei Fische gerade caught? Wahrscheinlich. Ich meine... Ich meine... Ich meine, du kannst das nicht... Du kannst nicht drei Tage auf dem Spot fischen und fischen, während du siehst. Das ist eine relativ entspannte Art des Aglerei. muss man echt sagen. Findest du? Ich bin total aufgeregt. Es ist kein Scheiß. Nein. Also die Aufregung ist da, wenn du fischst. Aber ich sag mal generell... So von der Art und Weise kann man sich schon gewöhnen. Vor allem, wenn man nicht mal fahren muss. Das ist ein Barsch. Oder? Das ist ein Barsch, da ist er, da ist er, er kommt da an, ja, und, und, ja, da ist er! Hey, voll klar, pass auf! Ja, ja, alles gut, alles gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt können wir nochmal Vorsicht hier rin lassen. Genau. Wir haben es geschafft, Tobi. Ist das toll? Ey. Ist das ein Wahnsinn, wie der Tag auch anfing, ja, mit kurzer Pause, relativ schlicht beim Jicken. Ey, das ist eine Angelei hier, Tobi. Das ist eine Angelei, sag ich euch. Mega geil. Boah, Bootsänder, noch ein Barsch. Die haben jetzt die Karte voll, soweit ich das, oder? Haben die voll jetzt? Ich denke schon. Auf jeden Fall sehr gut geliefert, über den Tag verteilt. Ein 41er Barsch macht bei B1 kurz vor Feierabend die Karte voll und auch der letzte Wurf des Tages ist von Erfolg gekrönt. Oh, das ist ein Barsch. Wissen wir nicht. Schnell, Graschen? Minder. Dicht. Scheiße. Barsch. 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 Oh, da kommt noch hinterher. Hast du gesehen? Ja. Ah, ist da drinne. Ich kann mal den Bart-Sprecher bessern. Der sieht so aus. Jetzt seht er mehr wie der Hecht, naja. Alter Feind. Tja, Franky. Mach noch zwei Minuten. Du, mach noch zwei Minuten. War das der Last? Das war Lucky Punch. Was ist hier los? Das war Last Cast. Und der andere kam noch an der Hecht. Das wär auch geil. Drei Barsche, den schwersten Fisch, den wir hier. Guck mal. Kein Plan von mir besser, keine Ahnung. Wer mir kämpft bis aufs Letztes. Crashkurs hier, drei Tage. Barsche war so schwer hier im Training schon zu fangen. Und jetzt gleich drei am ersten Tag. Jetzt messen wir mal. Und, hat er? Ja, die 40 kommt da schon wieder. 40 hat er. 40 oder 41? Was sagst du? 40. 40 Barsche. Guck dir mal diesen Moppel an. Hey, ist das ein Fisch? Ist das ein Fisch? Auch der letzte Barsch des Tages geht auf das Konto von B1 und ist damit sowas wie die Sahnehaube auf der Performance der Bootsbauer, die nach Abo Garcia das zweitbeste Ergebnis des Tages vorweisen können. Auf Platz drei liegt Bullseye Fishing mit sechs von acht Fischen. Es fehlen ein Sander und ein Barsch zur Fullkart. Herberts und Markus Vorteil ist ganz klar. Bereits zwei richtig große Fische gefangen zu haben. Westin, aktuell auf Platz vier, hatten einen guten Vormittag. Doch danach passierte wenig und bisher konnten André und Philipp nur eine Fischart fangen. Umgekehrt lief es bei LMA B. Erst nach über sechs Stunden lag der erste Fisch im Kescher. Unterm Strich wurden es dann aber noch vier passable Fische und vor allem auch schon zwei Fischarten. Hardy Rice hat drei gute Hechte, braucht Barsche und Sander zum Weiterkommen. Natürlich sind, wie die Ergebnisse, auch die Gefühle der Angler zum ersten Wettkampftag sehr unterschiedlich. Schöne Kirsche. In letzter Minute. Was war das für ein Tag heute? Wie fängt das an? Wir waren ja nervös, die Mützen verloren. Bede sehen wir aus. Ja, das ist doch für die Zuschauer mal ganz wichtig zu sagen, warum wir hier eigentlich dabei sind. Wir sind halt eine Bootsmanufaktur und wollen natürlich bauen Wettkampfboote für die absoluten Freaks. Wir sind so dankbar hier mit den Besten der Besten zu fahren und zu angeln. Das ist ja Wahnsinn, was hier für Typen bei sind. Und wir selber müssen ja die Erfahrung sammeln unter Wettkampfbedingungen, wie so ein Boot sich verhalten muss, was muss es verbaut haben, wie müssen die Echelote verbaut werden. Man darf nicht durch die Gegend fliegen, man darf keinen Bugmotor abfliegen. Das sind absolut brutale Kräfte, die auf so einem Boot wirken. Ja. Und deshalb sind wir dabei und wollen Erfahrungen sammeln und natürlich auch den einen oder anderen ärgern. Zum Schluss ist das eine Angelwettbewerb. Und den möchte man natürlich auch so gut als möglich bestehen. Und die vier Tage Training waren eben, die Gewässer sind hier riesig. Das ist unglaublich. Also das erstmal kennenzulernen. Tobi ist zum ersten Mal. Da sieht das, wie auch so ein Boot wirkt. Wenn man hier mit Vollspeed hier über die Wellen fegt, ist auch eine ganz andere Belastung. Hier sind bei anderen schon Geber abgeflogen, Bugmotoren abgeflogen. Also das ist alles eine ganz andere Liga. Eine ganz andere Liga, ja. Und wir haben auch immer noch Dank an unser Team. Garmin ganz doll. Da muss man sagen. Robin, der bei war. Philipp von unserer Firma, von unserem Team, die zuhause sind. Die Boote bauen, fiebern auch mit. Äh, ja. Also schöner kann es kaum sein. Ja. Immer gut gemacht, Frankie. Dann weiter so. Ey, super. Wünscht uns Glück und weiterhin viel Spaß. Ja. Peace. Bis bald. Ja, das ist unser letzter Wurf. Wir können auf jeden Fall zufrieden sein mit den vier Barschen. Wir können aber auch sehr unzufrieden sein. Beziehungsweise müssen unzufrieden sein mit den anderen beiden Fischarten. Es hat einfach nicht sein sollen. Weder die Zander noch die Hechte haben es gut mit uns gemeint. Wir haben es lange probiert. Gerade im Flachwasser waren wir stundenlang. Einen einzigen Kontakt hatten wir zum Schluss auf dem Spinnerbait. Ganz kurz angetockt, aber... Und ein Biss beim Zanderangeln. Ja. Das war's. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, noch ist noch nicht aller Tage Abend. Und wir machen uns heute Abend einen Schlachtplan, André. Wir gucken genau... Zwei Zander, zwei Hechte. Ja. Die müssen kommen. Und nach dem, was die anderen Jungs gefangen haben, auch in guter Größe. Heute Abend machen wir uns einen Plan und dann geht's wieder motiviert raus. Well done, mein Freund! Good Fischter! Well done! Ja. War ein lustiger Tag, ja? Viele verschiedene Techniken, verschiedene Baits. Super cool! Ja. Perfekt. Danke, Mann. War ein tolles Tag, ja? Super cool! Timo, wir sehen uns morgen auf dem zweiten Tag. Let's go! Wir wollten große Hechte fangen heute Morgen. Haben wir geschafft. Danach wollten wir Barsche und Zander ärgern. Hat nicht geklappt. Bisse haben wir gehabt. Leider sind sie nicht hängen geblieben. Demotiviert bin ich auf keinen Fall für den nächsten Tag. Nein, nein, nein. Wir haben ja jetzt einen Tag Zeit, uns die Barsche und die Zander zu suchen. Weil wir hatten ja praktisch nur drei Stunden Zeit, uns das Gewässer mal anzusehen hier. Also ich bin guter Dinge. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Hechtschnitt von einem Meter in der Tasche. Genau. Und das ist nicht die schlechteste Ausgangsposition für den nächsten Forum. Tag ist durch und wir auch, hätte ich gesagt. Aber wir können voll und ganz zufrieden sein. Ja. Bisschen geht es nicht. Gut, das eine mal mit dem Kescher raus. Das ist der Wertungsecht noch aus dem Kescher raus. Oft werden wir so ein großes Loch im Kescher haben. Aber das gehört zu Pleiten, Pech und Pannen, oder? Ja, ja. Und morgen fangen wir jeden größeren. Fangen wir was Größeres, dann brauchen wir den eh nicht. Und am nächsten Turniertag müssen wir auch schauen, dass wir noch einen Barsch kriegen und den Zander. Dann sind wir gut dabei. Hat Spaß gemacht heute. Und euch hoffentlich auch. Ich freue mich, dass wir jetzt heute mal bei Zeiten Feierabend haben. Ja, und morgen unser Tackle mal in Ordnung bringen können, so wie es normal sein sollte. Weil wir leben im absoluten Chaos. Wir leben aus dem Bus raus im Moment, ja. Aber eben für das haben wir gut gekämpft. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und bis zum zweiten Tag. Sehr gut performt heute. Ja, naja, du hast ja immer uns auf den Stellen gefahren. Ja gut, das ist schon schwierig. Die Wegpunkte haben uns den Weg gezeigt aus den vorherigen Fängen. Und du hast heute abgegrast. Das war sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Das ist auch wichtig, dass ab und zu das passiert. Ich meine, wenn man einen Partner hat, die tatsächlich immer weniger fängt, das wäre auch schlecht. Also ab und zu sollte der Partner auch ab und zu was fangen. Ne, war ganz passabel jetzt am Ende. Und wir sind nicht total alt. Das ist immer ein gutes Gefühl. Genau. Also hätte ich mir noch acht Fische gebraucht, wäre es echt eigentlich fast unmöglich, sage ich mal. Nicht unmöglich, aber fast. Aber jetzt so hat man noch eine Chance. Und ich freue mich sehr auf den nächsten Tag. Genau. Also dranbleiben, Leute. Ciao. Bevor es zum zweiten Tag in dieser Gruppe kommt, zeigen wir euch in der kommenden Woche am Donnerstag um 20 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr erst einmal den Showdown in Gruppe A. Ihr müsst diesmal also nur vier Tage warten, bis die nächste Folge online geht. Lasst uns gerne ein Like und einen Kommentar da. Und schaltet nächste Woche unbedingt gleich zweimal ein. Ciao.